Herzlich Willkommen, mein Name ist Pat Hock und heute erzähle ich euch, wie alles begann. Ich habe neulich mal meine Festplatte aufgeräumt und habe tatsächlich ein Video gefunden, das habe ich vor ziemlich genau zwei Jahren gedreht. Anfang 2022 habe ich das gedreht und ich habe es tatsächlich nie hochgeladen. Und in dem Video erzähle ich, wie ich eigentlich zum Thema Whisky kam. Ich weiß nicht, warum ich es nicht hochgeladen habe, ich habe es mir dann angeschaut und fand es durchaus sehenswert und will euch das natürlich auch nicht vorenthalten. Deswegen schneide ich euch diese Videosequenz, wie ich zum Video kam, zum Whisky kam und infolgedessen auch zu den YouTube Videos hier kam, gerne mal an der Stelle rein. Viel Spaß damit. Mittlerweile ist es fast acht Jahre her, dass ich hier meinen YouTube Kanal angefahren habe. Aber es ist vielleicht an der Stelle vielleicht mal ganz nice to know, wie hat das denn bei mir alles angefangen mit dem Thema Whisky? Wie kam ich denn überhaupt zum Whisky? Und das könnte durchaus interessant sein, weil es ist interessant. Ich habe den Vorteil, hier in Aschaffenburg, wo ich lebe, ich habe meine ganze Familie hier in Reichweite. Ja, ich selbst lebe in einem Zweifamilienhaus, meine Eltern leben im Erdgeschoss, ich lebe im ersten Stock. Im Nachbarhaus wohnt meine Oma und meine Oma hat unten im Keller so eine rustikal eingerichtete Kellerbar. Eben diese hier, ja. Ich nenne sie auch liebevoll die Dramhöhle und ich kann mich noch sehr gut zurückerinnern, als ich noch klein war, als Kind. Wir haben hier unten in der Kellerbar sehr oft gefeiert. Verschiedenste Anlässe, Fasching, auch als der Opa noch gelebt hat, ja, Fasching haben wir gefeiert. Geburtstage haben wir gefeiert, auch mal Silvestre mit ein bisschen Raclette und so weiter. Ist mir sehr positiv in Erinnerung geblieben, weil ich es immer schön fand. Da kamen teilweise Menschen aus der Familie, die man das ganze Jahr nicht sieht. Da wurde in der Kellerbar gefeiert. Es war einfach klasse. Leider Gottes, und ich weiß nicht warum, ist diese Feierei irgendwann eingeschlafen. Es wurde nicht mehr gemacht. Und der Raum ist so ein bisschen eingeschlafen, ja. kam so ein Stück weit in den Dornröschenschlaf und hat dann irgendwann tatsächlich nur noch als Lagerort für die ganzen Autowaschutensilien meines Vaters herhalten müssen. Was schade ist, aber das war letztendlich der Grund, warum ich dann irgendwann als Erwachsener mal wieder hier runterkam. Ich habe einen Schwamm gesucht und ich stand hier in der Kellerbar und habe mir gedacht, es ist so schade um diesen Raum. Der hat so viel Flair und Charisma. Warum wird das nicht genutzt? Und ich habe mir gedacht, weißt du was? Nimmst doch einfach diesen Raum, hübschst den ein bisschen auf. Du musst ja eigentlich nicht viel machen, weil ich mag diesen urigen, leicht abgewohnten Stil. Wenn ich irgendwie mal am Wochenende was essen oder was trinken gehe, ich bin da jetzt nicht so der Typ, dass ich in Lokalitäten gehe, die so mega fancy sind und trinke da mein Cocktailchen. Ne, ich gehe dann eigentlich eher so in urige Wirtshäuser. Ich mag diesen urigen Touch. Das ist jetzt meine subjektive Meinung, mein eigener Geschmack. Aber ich mag das sehr. Ich fahre auch gerne mal nach München und klappe die ganzen Brauhäuser ab. Ich mag einfach diesen urigen Touch. Das hat auch diese Kellerbar. Infolgedessen liebe ich diesen Raum. Und ich habe mir gedacht, weißt du was? Du nutzt den jetzt zukünftig einfach so ein bisschen als Rückzugsort für die Kumpels und für dich selbst. Lädst sie öfter mal ein. Bietest was zu trinken an. Das habe ich dann auch getan. Habe mir natürlich gedacht, wenn du die Kumpels einlädst, was ich dann für das kommende Wochenende habe, kannst du nicht nur einen Kasten Bier und einen Kasten Cola hinstellen. Vielleicht bietest du auch irgendwie ein paar Spirituosen an. Allerdings muss ich dazu sagen, und das war so vor, boah, wann war das? 10, 12 Jahren. Ich hatte keinen Bezug zu Spirituosen. Ich habe tatsächlich zu dem Zeitpunkt so gut wie keinen Alkohol getrunken. Klar trinkst du mal irgendwann ein Bier auf dem Geburtstag oder unter der Woche vielleicht mal, wenn du irgendwie gesellig unterwegs bist. Aber so einen Bezug zu Spirituosen hatte ich überhaupt nicht. Habe ich nicht getrunken. War nicht mein Ding. War mir einfach zu viel Alkohol. Aber dennoch wollte ich einfach in dem Moment ein bisschen was da haben. So die Kellerbar, die Hausbar dann ausstatten. Und ich bin dann einfach in den nächstgelegenen, besser sortierten Supermarkt gefahren. Mit dem Hintergrundwissen, ich kaufe jetzt eine Flasche Wodka. Ich kaufe jetzt eine Flasche Tequila. Und ich kaufe jetzt eine Flasche Whisky. Beim Wodka habe ich mich im Vorfeld nicht wirklich informiert. Ich wollte einfach was haben, was jetzt nicht irgendwie 10 Euro kostet und Kopfschmerzen macht. Das wirst du mit Sicherheit dort in dem Supermarkt finden. Aber beim Thema Tequila und beim Thema Whisky habe ich im Vorfeld ein bisschen gegoogelt und auch nachgelesen. Beim Tequila war es mir wichtig, dass ich einen finde, der nicht allzu teuer ist. Aber mir war es wichtig, dass er aus 100% Agave gemacht ist und fast gelagert ist. Das spricht ein Reposado. Und beim Whisky habe ich mich noch mehr eingelesen, war dann aber so ein bisschen reizüberflutet. Weil die Informationen, die ich da in verschiedenen Foren und Online-Shops gefunden habe, die haben mich erschlagen. Also was ich wirklich aus dieser Recherche mitgenommen habe, war, wenn du was Gescheites aus Schottland willst, musst du 30 Euro ausgeben. Ist dann aber ein Single Malt Whisky und da hast du was Gescheites. So, ich ins Auto, ab in den Supermarkt. Wodka habe ich schnell gefunden. Ich habe da ein bisschen nach Optik gekauft, war jetzt kein günstiger, der hat 20 Euro gekostet. Tequila habe ich einen gefunden, 100% Agave Reposado, das war der El Yemador. Den habe ich mitgenommen, der hat 20 Euro gekostet. Und beim Whisky fiel mal der Wahl auf einen, obwohl ich mich echt schwer getan habe, 30 Euro für einen Whisky auszugeben, wo ich noch nie im Leben einen getrunken habe, jetzt mal unabhängig von Jack Daniels in der Disco. Ich habe mich für einen entschieden und auch nur aus einem bestimmten Grund. Für den Glenlivet 12 Jahre, genau die Flasche leer, wie sie hier neben mir steht, das ist die Flasche. Der war 29,99 mit zwei Gläsern und deswegen habe ich ihn mitgenommen. So, ich, mega schlechtes Gewissen, 70 Euro hier im Supermarkt gelassen, drei Flaschen Schnaps mitgenommen, wo ich das Zeug doch eigentlich gar nicht trinke. Habe es dann in die Kellerbar gestellt, nächstes Wochenende kam. Kumpels sind einmarschiert, wir haben ein bisschen Bier getrunken. Irgendwann haben sie gesagt, komm, hast Schnaps gekauft, probieren wir mal. So, Wodka, ja, wir haben pur probiert, hat aber jetzt wenig Sinn gemacht. Ich glaube, Wodka wird eigentlich so, es sei denn, man kommt aus dem passenden Land, wo er hergestellt wird, trinkst du nicht pur, mischst du irgendwie mit Red Bull oder sonst irgendwas. Wir wollten jetzt nicht mixen, wir haben den Wodka mal probiert, zwar und feiner, ja, aber er hat jetzt so an sich nach nicht viel geschmeckt. Das war eigentlich relativ schnell abgehandelt. Jetzt ohne dem Wodka zu nahe treten zu wollen, aber hat uns jetzt an dem Abend jetzt überhaupt nicht getriggert. So, haben wir den Tequila probiert, war interessant, war wirklich interessant, war aber bei allen dreien so nicht, hat nicht so den Geschmack getroffen. Tequila war einfach, konnten wir an dem Abend sagen, von der Aromatik, die der Tequila an sich hat, nicht unser Ding. So, haben wir den Whisky probiert, den Glende wird zwölf. Hat uns auch nicht geschmeckt. Also vor allem mir nicht. Ich wurde erschlagen von Holz und Alkohol. Das war gar nicht mein Ding. So, wir haben dann trotzdem noch einen schönen Abend gehabt. Das war wirklich ein schöner Abend. Aber am nächsten Tag habe ich mir gedacht, verdammte Scheiße, hast du 70 Euro für Schnaps ausgegeben und gefühlt schmeckt dir halt keiner von den dreien. Also den Wodka kannst du im Nachgang irgendwo verhackschnitzeln, nimmst du mal mit zu einem Geburtstag, besorgst du noch Red Bull. So war es dann auch. Die Flasche Wodka, die war dann schnell leer bei der letzten Feierlichkeit. Den Tequila habe ich einem Kumpel geschenkt, der gern Tequila trinkt, der hat sich auch gefreut. Aber ich habe den Whisky zu Hause stehen, den teuersten von den drei Spirituosen. Und ich habe mir gedacht, das darf doch wohl nicht wahr sein. Hat 30 Euro gekostet, schmeckt dir überhaupt nicht. Das gibt es doch nicht. Und habe kurzzeitig auch mal überlegt, ob ich diese Anbruchflasche bei Ebay inseriere. Habe dann auch gedacht, wer kauft denn eine offene Flasche? Ne, machst du nicht. Also es taugt so vielen Menschen. Diese Materie, Single Malt Whisky, es schmeckt so vielen Menschen. Warum schmeckt dir das nicht? Und ich habe mich dann tatsächlich ein zweites Mal dazu gezwungen, den Klein-Liver zu probieren. Habe dann auch im Internet nochmal ein bisschen nachgelesen. Und da stand zum Beispiel auch drin, dass wenn einem der Alkoholgehalt zu krass ist bei einem Whisky, du kannst ein bisschen stilles Wasser dazugeben, denn Alkoholgehalt senken wird ja angenehmer. In dem Fall stand aber nicht dabei, wie viel Wasser machst du denn da rein? So, ich habe mein Glas genommen, mein mitgeliefertes, habe zwei CL Glenlivet reingemacht und habe dann einfach bis zum Rand hoch aufgefüllt mit stillem Wasser. Wasser des Lebens, Betonung liegt auf Wasser. Also schön war das Ganze beim zweiten Mal probieren, auch nicht. Habe ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen, habe dann irgendwann noch ein drittes Mal probiert und tatsächlich, als ich denn das dritte Mal im Glas hatte, habe ich neben Alkohol und Holz auch Frucht gerochen. Und ich habe gesagt, gibt es doch nicht richtig nach Apfel? Birne? Ne, kann nicht sein. Google angemacht, ja. Wo kommen die Aromen her? Ist da irgendwas zugesetzt? Und habe mich dann halt ein bisschen mit der Produktion von so einem Whisky beschäftigt, dass halt viel über die Vergärung durch die Häfen kommt, durch die Destillation an sich in den Potstills und halt zwei Drittel effektiv des Geschmacks vom Fass kommt. Also da ist nichts zugesetzt. Das kommt alles nur über die Herstellung bzw. Reifung und da war ich schon geflasht. Also wie kann ein Whisky so krass nach Apfel und Birne riechen, vielleicht sogar nach Nüssen und da ist nichts zugesetzt. Also es war spannend. Ich habe den dann tatsächlich noch ein viertes und ein fünftes Mal probiert und je öfter ich den Glenlivet 12 probiert habe, desto weniger habe ich den Alkohol gespürt. Ich habe eigentlich alle anderen Aromen gespürt und war dann auch von mir selbst überrascht, dass ich das alles so rieche. Ich war völlig infiziert. Ich habe mich dann angefangen intensiver damit zu beschäftigen, habe dann auch eine zweite und eine dritte Flasche Single Malt Whisky dazu gekauft, die von den Tasting Notes völlig unterschiedlich waren zu dem Glenlivet und auch die haben mich völlig geflasht. Da war beispielsweise auch der Balvenie 12 Jahre dabei und ein Highland Park 12 war der dritte. Alle von der Aromatik ganz anders als der Glenlivet. Das war Wahnsinn. Also ich war in dem Moment völlig gefesselt von der Materie Single Malt Whisky aus Schottland, habe dann natürlich auch mal YouTube aufgemacht und habe geguckt, ob es jemand gibt, der darüber erzählt und habe auch einen Kanal gefunden. Damals noch The Whisky Store. Horst Glüning, habe mir da ein paar Videos angeschaut und ich war ja eigentlich von den Videos damals, 2014 war das, noch mehr geplättet als vom Whisky an sich, weil ich muss dazu sagen, dieser Mann, der sich da in sieben bis zwölf Minuten vor die Kamera setzt, was der ein fundiertes Wissen hat, was der alles riecht. Also ich war platt, also ich habe die Videos gesuchtet. In jeder freien Minute habe ich die Videos aus Seeshaupt hier verfolgt, hunderte von Videos geguckt in kürzester Zeit und da waren natürlich mit Sicherheit auch mal zwei, drei Whiskys dabei, die einen selbst interessieren, die ich mir dann auch gekauft habe. Und so habe ich über das Video schauen in kürzester Zeit auch einen extrem großen Bestand in der Hausbar aufgebaut, habe dann auch fleißig Tasting Notes geschrieben in so ein Ringbuch rein und habe dann aber auch relativ schnell für mich festgestellt, ich will meine Eindrücke, weil ich eben die Videos vom Horst Lüning so geil fand, muss ich ganz ehrlich sagen, ich will selbst Videos machen. Ich will das selbst für mich festhalten, ob es jetzt jemand guckt oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich will es einfach für mich dokumentieren, für die Außenwelt. Wenn es jemand gucken mag, kann er gerne tun. Habe dann einen eigenen YouTube-Kanal ins Leben gerufen Ende 2014 mit einem sehr provokativen Pseudonym, der Whisky-Wichser und habe dann angefangen, selbst Videos hochzuladen. Das war das Video, wie ich zum Thema Whisky kam. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt mal so einen Einblick gekriegt, wie ich denn dazu kam, zu all dem, was ich heute mache. Apropos, was ich heute mache. Dieses Video ist für den Moment erst mal das letzte Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Seit mittlerweile fast zehn Jahren drehe ich hier Videos, mindestens ein Video kam auf die letzten knapp zehn Jahre hier auf meinem YouTube-Kanal. Aktuell ist es tatsächlich bei mir schwierig, was die Motivation betrifft, die Videos weiter so aufrechtzuerhalten, wie ich es in der Vergangenheit getan habe. Ihr wisst, wie es ist. Der Whisky, der wird teurer. Der Whisky wird qualitativ nicht unbedingt besser. Es gibt so viele deutschsprachige, die sich darüber auslassen, in Blogs, in Vlogs. Das ist ja auf der einen Seite eine schöne Sache, aber irgendwo bist du auch reizüberflutet, wenn du 100 Kanäle hast, die sich dem Thema widmen. Und letztendlich packen wir auch alle Kohle auf den Tisch für die Whiskys. Und ich muss ganz ehrlich sagen, 2023 alle Flaschenkäufe, die ich getätigt habe, da war unterm Strich mehr Zeug dabei, das mir nicht gefallen hat, als Whiskys, die mir gefallen haben. Und dann tut es natürlich auch finanziell weh. Infolgedessen, die Motivation leidet. Die privaten Dinge, die 2023 gelaufen sind, da lief einiges. Das kriegt man hier jetzt nicht so in den Videos mit, aber 2023 war privat für mich durchaus durchwachsen. Und all diese Faktoren führen halt dazu, dass ich mir jetzt ab 2024 erst mal ein Präuschen gönne. Das heißt, das Jahr startet erst mal ohne Videos. Ich mache mal eine Pause, weil im Hintergrund läuft auch ein bisschen was. Ich richte mich, was das Setup betrifft, neu aus. Ich plane die Anschaffung von der neuen Kamera, von einem neuen Mikro, neue Beleuchtung, neue Software, all das. Und das will ich einfach in Ruhe machen. Und um einfach mal abzuschalten, ein kreatives Päuschen zu machen, mich zu sammeln, 2023 mal zu reflektieren, gibt es halt jetzt erst mal von meiner Seite aus eine Pause und keine Videos. Bei Gott kein Abschied für immer. Bitte keine Angst haben. Ja, 2024 feiere ich im Dezember 10-jähriges Jubiläum hier auf YouTube. Spätestens da komme ich wieder zurück, weil ich kann ja zu meinem Geburtstag nicht fehlen. Bin da auch schon am Gucken für eine passende Jubiläumsabfüllung zum 10-jährigen Geburtstag. Ja, all das ist schon langfristig in der Planung. Aber für den Moment gibt es jetzt hier von meiner Seite aus erst mal eine Pause. Und die habe ich mir tatsächlich, würde ich jetzt einfach behaupten, nach neun Jahren des dauerhaften Lieferns von Content auch mal verdient. Ich brauche sie. In dem Sinne, bleibt mir gewogen. Es wird wieder was auf dem Kanal hier kommen, dessen seid euch bewusst. Ich wünsche euch definitiv auf jeden Fall ein gutes und erfolgreiches neues Jahr. Startet gut rein und habt immer einen guten Whisky im Glas. Bleibt gesund, das ist die Hauptsache. Und bleibt zufrieden. Das ist das Wichtigste, Gesundheit und Zufriedenheit. Der Rest kommt schon von selbst. Ich wünsche euch was. Bis dahin, euer Pet. Haut rein. Bis dahin, euer Pet.